Halli, hallö, meine Freunde und damit herzlich willkommen zurück zum Recycling Center Simulator. So, wir sind bei 30.654 Dollar, meine ich, natürlich Dollaris. So, Fabrikgrenzen, weißt du was? Zack, oha, Stufe 5, ne, maximal, okay. Und dann noch 6.9, Maschinenbereich. Na, warte mal. Erstmal noch ein paar Maschinen. So, wo sind die teuren? Das hier sind die letzten Stufe 3, Produktionsmaschine Metall für 10.000. So, dann haben wir noch 15.000, Produktionsmaschine für Glas. Die nehmen wir auch. Dann haben wir noch 5.000, okay. Wie sieht's hier aus? 1.000 für noch einen Lagerroboter brauchen wir eigentlich nicht. Upgrades. Gibt's hier noch Recyclingbewusstseine Höhen. Mehr Abfall zu bringen, ja, komm. Für 300, nehmen wir mit. So. Das war das hier. Maschinen. Stufe 3. Ja, können wir jetzt keine mehr machen. Und Fabrik 6.9, okay, gut. Maschinenbereich. So. Das heißt, die stelle ich noch auf. So, machen wir noch. Dann können wir ja morgen in Ruhe starten. So, was war das? Schmelzmaschine Metall. Die kommt denn dann hier hin. So. Schön aneinander. Na. Na. So. Hä? Nein. Das sieht voll komisch aus. Das trifft doch gar nicht, oder? Das hier trifft viel besser. Okay, Kabel, Metallkanne, Metallrohr, Metallrohr. Äh, Rolle. Da ist wahrscheinlich Metallrohr, äh, Metallrolle. Das ist da wahrscheinlich das, was am besten geht. So, ich muss mal meinen Knopf drücken hier, für die Feineinstellung. Genau, auf der Maus. Das sollte doch, so wäre Linie auf Linie. So. Wow. Ich sollte auch drücken, ne? Ja, so ist gut. So ist gut. So ist schön sauber aneinander. Ja, wunderbar. Gut. Haben wir nicht hier noch? Ne, nur noch ein Kilo. Okay. So, das heißt, an Metallbarren kommt dann auch nichts mehr. Das waren dann auch die letzten. So. Dann haben wir hier noch für Glas. Für die Glasproduktion. Bauen. So, auch hier. Hey, das geht aber eng zueinander. Das geht genau hier rein. Okay. Naja, mir soll es egal sein. So, was können wir hier machen? Gläser, eine Einmachgläser, Glasflaschen und Glasblöcke. Hm, was da wohl am meisten bringt. Gut. Dann hätten wir das erledigt. Schon wieder viel Geld ausgegeben. Dann gehen wir jetzt schlafen und schauen mal am nächsten Tag. 28.000, ja, Löhne, Rechnungen, huiuiui. Da kommt schon ein bisschen was zusammen. So, 4.000 haben wir noch. Mal sehen, was meine nette Bürodame mir rausziehen kann hier. Ja, wunderbar. Tolle Angebote. Alles relativ günstig. So. Da nehme ich aber auch noch welche an. Wartend. 204. Schnäppchen. 150. Gut. Ist schon mal gespart. So, hier. 120. 169. 150. Na also. Trotzdem noch relativ teuer. Meine Dame kriegt das wohl besser irgendwie hin. 127. 80. 110. Na los. Gut. So, was haben wir hier? Mehr kann ich nicht mehr machen. Okay. Zu viele schon angenommen. So, schicke ich meine Jungs los. Also. Du gehst. Haben wir. Hier haben wir. Du gehst da hin. Und bitte fahr mich nicht um. Ich möchte nicht mitfahren. Danke. Tschüss. So, Ruben. Du gehst. Baustelle haben wir keine. Baustelle hasse ich. Aber wir haben hier das auch nicht so toll. Du gehst da hin. Oh, Moment. Kannst du überhaupt so viel? Ja. Sammeln gehen. Und du gehst hier hin. Ja. Die anderen Sachen mache ich. Puh. Habe ich gar nicht geschaut, ob der überhaupt so viel sammeln kann. So, fangen wir mit dem wenigsten an. 57 hier. 50. So. Fahren wir da hin. Wunderbar. Hier das ganze hier raffel. Huch. Ding. Rein mit dem Eimer. Na. So. Das Zeug, was hier draußen liegt, kann ich ja immer gleich direkt reinschmeißen. Dam, dam. Dam. Gut. Uäh. Zu schnell gedreht. So. Zahnrad. Feder. Sprühdose. Riesige Mutter. Deine riesige Mutter. So. Da und da. Und dieses und jenes. Und davon auch noch ein bisschen. Dat. Dat. Oh. Schaukepferde. Ui. Das sieht da voll gut aus noch. Ab damit im Müll. Mag keine Pferde. Nein, Spaß. Ich mag schon Pferde. Ui. Bin auch mal geritten. So. Hep. 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 Aha. Mutter. Dose. Muttersdose. Uh. Deine große Mutter. So. Gasflasche. Deine große Muttersdose. Flaschen. Flaschen. Gläser. Vasen. Die Vasen sind zum Grasen. Alter, wie viele Benzinkanister stehen denn hier. Da ist nochmal eine. Zu viel Stuff. Hep. Strechelten Benzinkanister. So. So. Äh. Ähm. Okay. Klo. Nichts. Wirklich nichts. Okay. Ich hätte jetzt nicht gedacht, auf dem Klo nichts zu finden. Meistens, wenn ich aufs Klo gehe, finde ich danach etwas. Oder dabei. Oder ich produziere etwas. Kann auch sein. Hui, die hat sich ja cool gedreht gerade. So, das da rein. Und das da rein. Diese dämlichen Benzinkanister. Äh. Hepp. Und hepp. Gegen die Glaswand gelaufen. So, hier ist nichts mehr. Kasse. War schon jemand dran. Oh, diese Cookies. Ja. Ich liebe die. Solche Cookies. Ich weiß nicht, wie die heißen da. Mürbeteig. Mürbeteig. Schokocookies. Irgendwie so. Ich liebe sie. So, ein Eimer. War da nicht noch gerade noch irgendein? Habe ich nicht gerade was noch auf Blitzen sehen? Nee. Gut. Keine Blitze sind die besten Blitze. So. Aus dem Haus. Tschüss, Lekovske. Tschüss, Lekovske. Hier, 750 Kilo. Ja. Farmer da hin. Farmer, Farmer, Farmer. Farmer da hin. Farmer's Dynastie. Dein Esti. Farmer sterben hässlich. Nein, Böse. Böse, Nesti heißt Böse, ne? Farmer sterben böse. So. Hier haben wir noch ein lecker chinesisch Essen Schachtel. Oh, ich war schon lange nicht mehr chinesisch essen. Wird auch mal wieder Zeit. Also nicht hier zu Hause irgendwas machen, sondern hier richtig chinesisch essen gehen. Mit Glückskeks zum Schluss. So. Ne. Pfanne. So. So. Zack, 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 zack. Saftpackung. Eimer. Stück Stuhl. Ich hab ein Stück Stuhl angefasst. Ich hab noch ein bisschen Stuhl unter den Fingernägeln. So, so. Komm her. Dose. Schachtel. Glas, Glas, Glas. Plastik. Metall. Plastik, Plastik, Plastik. Plastik. Metall. Papier. Hepp. 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 Pfanne. Hepp. Diesmal müssen wir sch... Achso, da laufen auch Leute. Ich dachte gerade. Diesmal müssen wir schauen, dass wir früh genug nochmal loskommen. Denn wir haben ja jetzt echt viele. Dieses Mal. Sehr viele Dinger sogar. Sehr viele Stationen. Hab ja aus dem Vollen geschöpft. Dann müssen wir wahrscheinlich drei Stück am Stück machen, bis wir wirklich randvoll sind. Wobei dann auch immer das Ausladen so lange dauert. Das ist natürlich auch so ein Ding. So, Levelaufstieg. Nochmal ein Ding freigeschaltet. Ja. Nehmen wir das auch noch mit. Gut. Oh, Hals und Metall schon fertig. Ich möchte diesen Riss mitnehmen. Hier. Den Riss. Komm Riss. Komm mit. So. Hier ist nichts mehr. Ja. Gut. 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 So. Ich mach's mal wieder so und lass die großen Sachen liegen. Mal sehen, ob das schneller ist. Gut. 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 hier gibt es auch noch klein zeug gut das war ja sehr weit geworfen so da könnte es zumindest schon mal nicht wegrollen gut okay 100 prozent wunderbar 14 uhr okay eins machen wir noch das machen wir noch und dann ist aber voll und dann platzt aber hier alles aus den nähten na gut drin ist drin 200 euro 200 dollar einfach so vorausgesetzt man trifft den grünen balken das war aber einfach moment liegt hier hinter was nein gut so was hier oben das ist gut manchmal trifft man es nicht so genau dann ist es schwierig und naja zumindest mal in die richtung so hier ist nichts da ist auch nichts das ding ist voll einzelne gammelige dosen sammeln hier schickes höckerlein so okay bisschen kaputt gegangen hier war dann schauen wir mal hier hoch hier oben ist diesmal gar nichts hier hinter kann ich wahrscheinlich komme ich hier nie wieder raus und muss mich retten nein geht geht sogar geht sogar wunderbar ach guck mal da oben liegen noch ganz viele sachen so nehmen wir natürlich alles mit alles mit hoch schon wieder voll hau ruck hau ruck und hau ruck und huch und hau ruck so mal schauen hier ist jetzt soweit alles glaube ich fertig mal schauen ob das papier auch gleich fertig ist nein papier und metall ist noch nicht fällig ach guck mal deswegen bestimmt deswegen so ja wunderbar gut dann düsen wir nach hause wir müssen dringend schnell ausladen und die sind auch noch dran so jungs auf geht's und wir sehen uns dann in der nächsten folge wieder wenn's wieder heißt time to play recycling center simulator und bis dahin macht's mir gut tschüss цел auch ihr rebell